Ich will nur nach Hause, ich will schlafen, ich will essen, ich will meine Beute verkaufen. Ich hoffe trotzdem irgendwie insgeheim, dass das jetzt ein Ausgang ist, der uns auf die Weltkarte zu unten führt. Aber Level 3 klingt jetzt nicht so gut, nicht wirklich. Nein, 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 das klingt ganz und gar nicht gut. Also Talana macht jetzt wieder den dezenten Rückzug, schleift weiter die drei Helden hinter sich her und zurück zum Greif, der sie dann hoffentlich auch woanders hinbringen kann, als nur Port Maron. Ja, wir heben jetzt ab. Also ich muss jetzt den ganzen Weg wieder runterkraxeln. Ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr verpackt, das wäre ein wenig komisch, um nicht zu sagen lästig. Aber die Gegner müssten jetzt ja eigentlich raus sein. Ich meine, die scheinen die Burg wieder erobert zu haben, die Imperialen. Sonst hätten sie den Greifenhorst nicht aufgemacht und so weiter. Warum da wirst du jetzt länger? Oh, vielleicht wird gerade Port Maron umgebaut, weil die Imperialen das ja zurückerobert haben, wird jetzt ein bisschen aufgeräumt und die Wege werden frei gemacht und so weiter. Und wir sind wohl vollkommen anders. Okay, dankeschön. Oh. Und die... Ja, 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 alles voller Banditen, ich weiß. Die Karte sieht besser aus. Also eben gerade sah die richtig knalle bunt aus. Also knalle bunt ist jetzt nicht wirklich toll, aber sieht auf jeden Fall schon mal wesentlich lebendiger aus. Wo ist der Brunnen? Hier war ein Brunnen. Ich will hier den Brunnen trinken. Ah. Oh. Ihr wart alle vergiftet. Das habe ich vergessen. Tut mir leid, tut mir leid. Ich freut euch nicht wecken, nur damit ihr wieder ohnmächtig werdet. Wie man's macht, man macht es falsch. Rein da. Gucken, ob der Witzeerzähler wieder da ist. Der wurde ja zwischenzeitlich rausgepatcht. Oh ja, wir werden die ganze Stadt jetzt ein wenig erforschen, gucken, was so verändert worden ist. Wir werden gucken, ob die Händler schicke neue Sachen haben. Wir werden unsere ganzen Ramsch verkaufen. Wer bist du? Katharina. Du warst doch die, nee, Questperson? Ne, das warst du nicht. Zauber lernen. Äh. 350 Gold. Oh, wart mal. 800, 8900. Ne, wir kaufen jetzt nicht irgendwelche Sprüche, nur um die Sprüche zu haben. Wir gehen jetzt zuallererst in den Tempel und heilen uns. Damit alle Charaktere wach sind. Dann verkaufen wir unseren Ramsch. Dann kaufen wir den plus 1 auf alles. Vergiften, vergiften. Den kaufen wir das plus 1 auf alles und dann gucken wir weiter. So, Helden sind soweit alle wieder hergestellt. Sehr gut. Da stehen ein paar mehr Leute rum. So viele Leute, die nicht wirklich was machen, das ist gut. Hintergrundelemente sind immer gut. Reparatur, Waffen. Alle Waffen reparieren. Handeln. Weg, 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 weg. Äh. Äh. Die magischen Sachen, die waren nicht wirklich besser als das, was sie jetzt hatten. Na doch, der Schild ist besser als plus 3, nee, plus 4. Ja, den Schild können wir behalten. Helmesrüstwert 1. Plus Fähigkeiten entsperren, weg, 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 ja, weg. Weg, 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 weg. So. Du. 12 bis 16, 14 bis 18. Haben wir noch einen neuen Schwert? Neues Schwert? Nein. Frostige Axt. Was hast du da? 16 bis 20. 16 bis 20 plus 3. Aber pfff, wir finden schon noch eine bessere Axt. Ne gut, also... Dolch? Hachu. Dolch kann weg. Armbrust. 10 bis 12. Ne. Armbrust. Kann auch weg. Was war das eben gerade für eine komische Lila-Anzeige, die einmal schräg beim Bildschirm war? Plus 1, 5 gegen Dunkel, kann auch weg. Die müssen infiziert werden. So. Wir brauchen unbedingt ganz, 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 ganz viele Tränke. Raus hier, raus. Das Maximus, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Rüstungshändler. Hallo. Operatur, alles. Experte mit schwere Rüstung ist direkt bereits. Handeln. Hast du irgendwas Tolles, Blaues, Neues? Oh, zwei Stufen in der Fertigkeit Feuermagie. Wappenach. Das gönnen wir uns mal. Sollte wir noch mehr verbrennen können, weil das Spaß macht. Jedenfalls Talana. Jetzt noch identifizieren. Kein neues Haus, nein. Hier war... Du. Nix Neues. Witzerzähler. Ja, er ist wieder da. Hallo. Mein Bruder ist Imker. Eines Teiges zeigt er auf eine Biene und sagt, dass es die unbeholfenste Biene aller Zeiten drin ist. Kein Wunder, sage ich. Ist ja auch eine Hummel. Treffen sich zwei Männer im Forsterbruch. Der erste sagt, ich kenne einen Piraten mit einem Holzbein namens Roberts. Wirklich? Fragt der andere. Wie heißt denn anderes Bein? Nee. Also ja, er hat neue Witze, aber sie sind nicht gut. Aber das ist wohl auch der Sinn dahinter. Aber schön, dass er wieder da ist. So, rein da. Ausrüstung bestimmen. Ausrüstung bestimmen. Alles bestimmen. Das war teuer. Handeln. Wir hätten gerne alle... Zaubertrinke. Wir hätten gerne alle... Gegengifte. Wir hätten... Was bist du denn? Du rät schwächer nach dem Verzehr. Oh. Schon wieder Gegengift? Was? Gegengift-Elixier, Gegengift-Elixier. Ja, die kaufen wir auch. Und ich kann mir jetzt ganz knapp noch das Stärke-Elixier kaufen. So, wie viel Gold haben wir? 153. Äh, ja. Also, kuriert Verwirrung. Kuriert Schwäche. Die sollten wir bei Zeit noch mal kaufen. Gut. Raus. Äh, raus. So, ich will jetzt wissen, was die Sachen alle machen. Also, du da. Steigert alle Attribute nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Attribute sind die hier. Du brauchst Macht für mehr Schaden. Wahrnehmung zum Treffen. Wichtig für das. Also, du hast wirklich drei Attribute, die wirklich wichtig für dich sind. Du hast... Ah, naja, die sind beide nicht ganz so wichtig. Macht und Wahrnehmung bei ihm, weil er nicht so viel Schaden machen soll. Bei ihm ist die Identität wichtiger. Das heißt, es macht mehr Sinn, das bei Gerogern zu machen. Außerdem pushe ich aus egomanischen Gründen eh immer Gerogern mit Attributen. Ähm... Na, bei denen wären auch alle drei wichtig. Talana. Ich mag Talana. Ich glaube, ich gebe Talana das Ding. Vitalität bringt dir mehr Lebenspunkte. Geist und Magie macht dir noch mehr Bums. Ja, Talana, du. Klick. Wird schön. Was haben wir noch so schönes? Plus 5 gegen Erdmagie. 100% Schutz vor Verwirrung. Du hattest schon was gegen Verwirrung, ne? Bewusstlosigkeit. 100% Schutz gegen Verwirrung, ja. Was hast du für Schuhe? Du hast die heiligen Sandalen. 14 Ausweichwert. Und bis Stufe 2 schon. Okay. Hast noch keine Erfahrungspunkte bekommen. Hm. Könnte im Übergang von Early Access zum Hauptspiel liegen. Haben wir noch irgendwelche Artefakte, die... Ah. Du hast 2.791 EP von 755. Ich denke mal, bei dem nächsten Kill wird sich da hoffentlich was legen. Ja, aber genau, Sandalen. Die brauchen wir denn gar nicht wirklich. Aber sie schützen vor Verwirrung. Das kann man mal gebrauchen. Heldmann. 4 bis 6. Nö, der kann weg. So, goldener Helm. Direkt, du kriegst gleich ein Helmchen. Plus 2 Rüstungswert macht er. Bisher nur... Wird er bestimmt besser. Schild. Brauche er Expertenrang. Können wir noch gebrauchen. Was ist damit? Benötigt Expertenrang für magische Foki. Plus 5. Rüstungswert. Plus 2 Fertigkeit entschält. Und plus 7 gegen Feuermagie. Besser als das da. Oh. Was kann weg. Okay. So. Werden wir aber neu ausgerüstet. Sehr schön. So. Du warst der Witzerzähler. Was hatten wir hier oben noch? Ein Punkt, den ich nicht markiert habe. Ich glaube, das war... Die... Genau. Das war die Bank. Die Bank, die aussah wie ein Privathaus, wo ein Quest-NPC drin war. Jetzt heißt das Ding inzwischen Orlins Haus. Okay. Und wir haben nichts mehr zu tun. Gut. Wird trotzdem markiert, damit ich nicht nochmal da hinlaufe. Da. Orlins Haus. Annehmen. Noch irgendwo hin? Goblin Wachtturm. Ausbildungscenter. Also es fehlen uns noch ein, zwei Skills auf Expertenrang. Also wir könnten nochmal in Ausbildungslager vorbeigucken. Wir könnten nochmal ganz kurz zum Spawnpunkt gehen. Wo man das Spiel normalerweise anfängt. Einfach nur, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwo irgendwas hinzugefügt wurde. Nicht, dass wir jetzt irgendwo noch so ein Fass oder dergleichen übersehen. Das wäre ein bisschen schade. Genau, Maximilius oder Max. Ja, sagen wir mal Max. Max können wir auch mal besuchen. Meister der Ausdauer. Klatsch. Nö. Nix Neues. Die wollen schlafen. Prima will Chlana schlafen. Den ganzen Tag drei Leute, die sich hier geschliffen haben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Nix Neues hier? Nö. Fass haben wir schon aufgemacht. Und der wird immer noch nicht irgendwo hinfahren. Denke ich mal. Ich gucke mal. Reisen nach Kartal. Nein. Schiff zur Klippe. Nein. Und irgendwelchen Klatsch können wir uns anhören. Nee, schade. Es war ja so eine stille Hoffnung, dass man das erste Kapitel doch ein wenig offener gestaltet. Aber es soll wohl echter Zatorial dienen. Und erst ab Kapitel 2 ist das Ganze dann offener. So, wir hätten gerne Essen. Proviant 60. Wir würden gerne hier schlafen. 20 Gold. Jo. Ist okay. Ich glaube, wir haben die Preise gesenkt. Du. Boah, ist das eine üble Lache gewesen. So, da war der Möchtegern-Bürgermeister. Der hat bestimmt nichts mehr zu sagen. Nö. Und das Trainingslager. Haben wir hier vielleicht was Neues an Skills? Luftbogen, Armbrust. Schwertstreik, Kolben, Axt. Nö. Okay. Damit sind wir mit der Stadt auch, glaube ich, durch. Wir könnten Spaß jetzt aber nochmal da reinspringen. Guck mal. Pferdeoase, da können wir das Pferd abholen, theoretisch. Da waren wir schon. Das leere Haus. Warte mal. Also es kann gut sein, dass es immer noch leer ist. Sogar ziemlich wahrscheinlich. Aber ich bin gerade abenteuerlustig drauf. Ein bisschen rumstübern und so. Das Anwesen scheint leer zu sein. Als hätte es seine Bewohner in aller Eile verlassen. War der Text schon vorher da? Das Pferd hat das Haus schon mal gefunden. Deswegen habe ich es ja markiert. Und ich fand es halt komisch, dass es leer ist. Aber ich kann mich nicht so wirklich an den Text erinnern. Das heißt, das Haus ist auf jeden Fall noch wichtig für später. Also, nicht auf jeden Fall. Aber es sieht sehr danach aus, als wenn es nochmal für irgendwas wichtig sein sollte. Also, nicht auf jeden Fall.